Musik und Movies, der Dolby-Podcast. Servus Sven. Moin Andreas. Wie schaut's aus? Ist dein Kaffee fertig? Mein Weihnachtstee, den Kräutertee, hab ich nämlich schon aufgebrüht. Ja, ich hab natürlich die Dolby-Tasse hier stehen. Oh, geht also wieder los mit deiner Dolby-Tasse, du bist ja wahnsinnig. Nehme nochmal einen guten Schluck. Genau, ja, herzlich willkommen euch allen zum Musik and Movies, dem ersten deutschsprachigen Dolby-Podcast. Es ist immer noch schön, es zu sagen. Oh, es macht, ich find auch Movies und Music, Music und Movies. Das geht so gut über die, das kommt so schön raus. Und vor allem in diesen Tagen, wir nehmen ja kurz vor dem ersten Advent auf, deswegen dürfen wir auch schon so ein bisschen besinnlich quasi sein. Also nicht, dass es unsere Weihnachtsfolge ist, keine Sorge, aber es ist der erste Advent. Bist du schon weihnachtlich, Andreas? Ich bin schon total weihnachtlich, ich hab noch nie so früh wie diesmal die Beleuchtung draußen installiert und mit Zeitschaltuhr versehen, weil es einfach jetzt, und jetzt wird es auch schön kalt so langsam, die Weihnachtsmärkte gehen los dieser Tage. Also insofern, alles fein, ich bin total weihnachtlich, genau. Und deswegen freue ich mich auch schon auf unsere Weihnachtsfolge, aber davor haben wir natürlich noch vieles anderes zu erzählen, denke ich mal. Ja, ja, auf jeden Fall bist du, ach nee, das machen wir in der Weihnachtsfolge, da frage ich dich dann in der Weihnachtsfolge. Nee, aber heute geht es natürlich erstmal wieder um alle Highlights, die da gerade aktuell sind, die eventuell kommen, die natürlich mit Dolby zu tun haben, mit Atmos und mit Vision und ein bisschen News und Highlights aus der Welt des Entertainments. Wie wir das hier gewohnt, ja, seit Ewigkeiten, wir begrüßen euch in Folge 4, machen, also ja, da werden wir erstmal gucken. Aber wir haben, ich hab ein bisschen Feedback schon bekommen und in der letzten Folge haben wir es ein bisschen versäumt mal zu erklären, warum wir dann immer von Dolby Atmos und Dolby Vision sprechen, ja. Und deswegen vielleicht nochmal zwei, drei Worte dazu möchtest du als Mr. Dolby da ein bisschen dazu sagen. Sehr gerne, ja, worüber sprechen wir? Wir sprechen über nichts anderes als die beste Ton- und Klangqualität, genau, Ton- und Bildqualität. So viel vom Profi. Und natürlich über ein Erlebnis, das im Sound besonders raumfüllend ist und beim Bild einfach die besten Kontraste, das beste Schwarz, das weißeste Weiß liefert. Und wir unterhalten uns hier natürlich nicht nur über Bild- und Tonqualität, sondern vor allem über die Inhalte drumherum, die es damit zu genießen gilt und geben euch hier Tipps. Denn Dolby Atmos und Dolby Vision kann man auf so vielen Wegen genießen. Im Kino, im Home-Entertainment, auf zig Streaming-Diensten, sei es jetzt Netflix, Disney+, Apple TV+, und so weiter und so fort. Oder natürlich auch in der Musik, bei Apple Music, Tidal oder Amazon Music. Und es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Geräte. Es ist ganz einfach, damit Spaß zu haben. Und wir wollen euch aber ein bisschen hier die Tipps geben und die Infos übermitteln, wie und wo ihr was genießen könnt, damit ihr auch nichts verpasst. Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz sind wir, auch wenn Dolby draufsteht, auch ein Podcast, der euch einfach über die neuesten Entertainment-Inhalte informiert. Da kann es auch mal vorkommen. Ich bin gespannt, wann der erste Mal sagt, hey, ihr habt hier einen Film vorgestellt. Da ist gar nicht mit Dolby Atmos und Dolby Vision. Das kann halt mal vorkommen, weil wir auch ein bisschen auch Leidenschaft haben, was die Industrie betrifft. Und von daher werden wir das nicht sklavisch machen. Aber Dolby ist natürlich die Firma, die die Technologie dahinter liefert, um die Sounds und die Bilder einfach optimal rüberzubringen. Und das einfach nochmal deswegen, wenn wir ja so oft von Dolby Atmos und Dolby Vision sprechen, dass ihr einfach das müssen einordnen könnt, dass es darum geht. Aber wer übrigens ein bisschen was zu Dolby Atmos wissen möchte und sich noch nicht so vorstellen kann, was bedeutet das mit diesem Immersiv, wenn sie davon sprechen und die Bühne wird größer und der Sound wird irgendwie schöner. Da gibt es jetzt gerade seit wenigen Tagen eine Aktion von Dolby, nämlich eine neue Webseite, weil Dolby zusammen mit Ed Sheeran gerade eine kleine Kampagne gestartet haben. Die auch am besten mit Dolby natürlich, weil die Sachen am besten mit Dolby klingen. Aber da gibt es eine schöne Webseite, die werden wir auch mal verlinken unten in den Shownotes. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz tolles Video oder wir verlinken das Video direkt, ich weiß noch nicht, ja, ich glaube auf der Webseite am besten, wo es so einen kleinen AB-Vergleich gibt. Wo man einmal so den Stereo, den Song, den It's Magical oder so, Magical heißt er glaube ich von Ed Sheeran. Wo man den, genau, wo man den hören kann und wo in dem Video ein bisschen zwischen Dolby Atmos und dem Stereo Sound, der natürlich auch klasse ist, aber hin und her geswitcht wird. Und wo man so einen Eindruck bekommt, was passiert, wenn Musik oder auch wahrscheinlich überhaupt Inhalte in Dolby Atmos vorliegen, dann ist es halt, es wird ein bisschen größer, es wird, man kommt dem Artist so ein bisschen näher. Und von daher, da könnt ihr mal reinhören, das verlinken wir euch mal, dass ihr mal so zu machen, das ist so der schnellste Einstieg, um mal ein bisschen ein Gefühl zu haben, was es mit diesem Dolby Atmos eigentlich so auf sich hat. Ganz genau. Und wer ein bisschen was wissen möchte über die Arbeit von Musikproduzenten mit Dolby Atmos, der sollte in dieser Folge auf jeden Fall bis zum Schluss dranbleiben, denn wir haben natürlich wie in jeder Episode von Music & Movies der Dolby Podcast wieder ein tolles Interview mitgebracht. Und diesmal haben wir keinen geringen Namen als Christian Geller. Wenn ihr euch der Name noch nicht sagt, ihr werdet erfahren im Interview, wer er ist. Er ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten in Deutschland, hat jede Menge Deutsch-Pop- bis Schlagergrößen in seinem Portfolio. Alle Größen von Giovanni Zarella, Thomas Anders. Ich will sie gar nicht alle aufzählen, denn wir sprechen natürlich im Interview. Also bleibt auf jeden Fall dran, wird spannend, das zu hören, aber in der Musik tut sich halt einfach eine ganze Menge in Sachen Dolby Atmos und deswegen auch das Gespräch. Ja, schön, dass du das sagst. Das war fast eine perfekte Überleitung in unseren kleinen, aber feilen News-Bereich, den wir da haben. Und ich habe nämlich gerade eine Statistik gefunden, die total spannend ist, die sich den mit Musikverkäufen innerhalb der letzten, lass mich kurz rechnen, 30 Jahren so gewidmet hat, was da so passiert ist und wie so die Anteile waren. Und ich meine, da wird vieles einen gar nicht überraschen, aber so ein, zwei Sachen fand ich zumindest ganz spannend zu erwähnen. Klar, am Anfang, das reicht von 1973 bis Ende letzten Jahres und klar, das fängt so an mit Vinyl und über Kassette und so. Aber was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass die CD echt den größten, mächtigsten Teil sozusagen ausmacht und immer noch auch eine gewisse kleine Relevanz noch hat. Aber halt auch, dass das ein mächtiger, mächtiger Punkt war, der ja quasi bis, bis noch in die, in die, tief in die 2000er wirklich so, so ein Riesenanteil war, dass das eigentlich das Musikbusiness komplett ausgemacht hat, die Verkäufe von dessen. Und vor allem, und jetzt, jetzt kommt es halt, dass das MP3 eigentlich nur ein kleiner Vogelschiss war. Also das fühlt sich für mich so riesig an und das muss doch gigantisch gewesen sein. Aber es war halt auch die Zeit, wo, wo sehr, sehr viel Piraterie unterwegs war und wahrscheinlich nicht so viele Umsätze gemacht wurden mit MP3. Deswegen wird der Trichter jetzt erst wieder größer, wo es um Streaming geht. Bezahltes Streaming geht, ganz klar, natürlich. Ja, aber witzigerweise, du hast es gerade erwähnt, MP3, ich habe auf der Tonmeister-Tagung, von der ich in der letzten Ausgabe berichtet habe, den Erfinder des MP3-Formats getroffen. Professor Karl-Heinz... Mr. Fraunhofer. Professor Karl-Heinz Brandenburg, Mr. Fraunhofer, er war da, ist also unter den Tonmeistern immer noch unterwegs. Und letztendlich hat er es mit zu verantworten, was da heute auf dem Streaming-Markt passiert. Und letztendlich können wir ihm da auch dankbar sein dafür, denn Dolby Atmos Musik gibt es natürlich über die Streaming-Dienste. Ich hatte sie ja vorhin schon erwähnt. Also insofern eine coole Entwicklung, zumindest in der Hinsicht. Die Künstler würden das wohl, wenn es um Vergütung geht und solche Dinge wieder etwas anders sehen. Aber das wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten. Das Thema, das wären drei eigene Podcasts für sich. Ja, ja, ja. Aber hey, in Amerika hat die Filmindustrie es geschafft, auf Streaming zu reagieren mit den Akteuren, die die Inhalte produzieren. Wer weiß, ob es nicht früher oder später, ich meine, es gibt keine Gewerkschaft, glaube ich, bei den Musikern. Das wird ein bisschen schwerer. Aber ich schätze mal, da wird sich auch nochmal einiges bewegen in den nächsten Jahren. Weil wenn man so sieht, wie jetzt die Entwicklung beim Streaming ist, das geht immer noch steil bergauf. Und da wird sich noch eine Menge tun, vermute ich mal. Auf jeden Fall ist schon alles sehr spannend, wie da der Markt sich entwickeln wird. Absolut, absolut. Ja, aber die Großen des Marktes haben jedenfalls ihre Deals gefunden. Die Frage ist halt immer, wie viel für die breite Masse an Künstlern aussieht. Aber wie gesagt, anderes Thema. Denn wir sprechen jetzt gleich nochmal über die Großen oder über eine ganz Große. Wir hatten ja letztens ... Die hat ihre Schäflein ins Trockene gebracht, würde ich sagen. Das würde ich auch so sehen. Letztens hatten wir ja ... Jetzt schon. Jetzt schon, ganz genau. Taylor Swift war ja kürzlich unser Thema mit der Eras-Tour. Die hat, muss man sich ja mal vorstellen, allein in den USA schon bald 200 Millionen Dollar mit ihrem Eras-Tour-Film in den Kinos eingespielt. Also wir sprechen nicht von Tournee, von Album und sonst irgendwas, sondern einfach nur mit dem Film, den sie in die Kinos gebracht hat. Und weltweit ist das Ergebnis noch größer. Und jetzt gibt es gleich ein weiteres Konzertereignis in den Kinos. Am 1. Dezember startet nämlich Renaissance-Film bei Beyoncé. Und auch Beyoncé ist natürlich wirklich eine von den ganz, ganz Großen. Sie hat ihre Renaissance-World-Tour dokumentiert, die ganze Reise. Und das war eine rekordverdächtige Tournee mit 56 Shows, 39 Städten, 12 Länder. Also, und dieser Film begleitet die Künstlerin einfach von den Anfängen in Stockholm, glaube ich, war die Eröffnungsshow in Schweden, bis hin zum großen Finale dann in Kansas City. Also, es wird einfach viel Beyoncé-Musik geben für alle Fans, aber auch eine emotionale Geschichte, einen geilen Tour-Film. Und den gibt es natürlich auch in der ganzen Reihe von Dolby-Atmos-Kinos Land auf, Land ab. Bei uns sind über 30 Sälen gibt es den zu sehen. Also, wenn ihr ein Dolby-Atmos-Kino bei euch in der Nähe habt und der Film kommt, schaut auf jeden Fall rein. Es wird sich lohnen, würde ich mal sagen. Ja, gerade bei diesen Musikproduktionen, das haben wir bei Taylor Swift ja auch gesehen, da kommt natürlich auch das Dolby-Atmos nochmal richtig zum Tragen. Und jetzt fange ich auch schon an und mache dafür Werbung, aber ich bin halt auch ein leidenschaftlicher, gerade was die Musik betrifft. Ihr habt dich gekriegt, ich weiß, du wusstest es doch. Ja, ich hätte früher schwören können, dass das einfach nur für mich nur eine Sache ist, die im Kino ist und der Rest ist Stereo. Aber wer das mal wirklich bewusst gehört hat, dass es kein Schnickschnack ist und dass da nicht die Dinge sinnlos durch die Gegend fliegen, sondern dass das einfach wirklich die Musik einmal nochmal ganz anders einen erleben lässt, das ist schon geil. Und da sind solche, diese Musikproduktionen und diese Filme sind echt klasse. Und die gute Frau Swift, soweit ich das weiß, ist die ja noch nicht mal 30 Jahre alt und gehört jetzt, glaube ich, zu einer der wenigen Künstlerinnen weltweit, also wirklich an einer Hand abzählbar, die Milliardäre durch die Welt. ihre Kunst geworden sind. Es ist unfassbar. Also es ist, die haben da gerade einen Erfolg. Das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Also ich freue mich drauf. Ich werde mir den Beyoncé-Film auch anschauen. Renaissance? Ja, ja, so hieß ja das Album. Genau, aber wenn wir schon im Kino sind, ich glaube, du hast sicherlich auch noch ein paar Film-News für uns, so wie ich dich kenne. Ja, natürlich, ohne Filme geht bei mir nicht, aber Renaissance. Die Frau Beyoncé gibt uns da auch dafür quasi die Brücke schon in die Hand. Ja, stimmt. Denn wir haben letzt, ich weiß nicht, ihr müsst nicht denken, dass wir quasi nur Kinder der 80er sind und über so einen Scheiß reden, aber es springt einfach hervor. Letzte Woche haben wir über Ghostbusters Teil 6 oder 7 geredet, der wieder in die Kinos kommt mit einer neuen Folge. Und jetzt habe ich auch wieder zwei Perlen rausgefunden, wo ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Auch da gibt es Fortsetzungen, aber wie ich finde, durchaus interessante. Also ich fange mal an mit Karate-Kit. Das Schöne dabei ist, dass auch die neuen Kids, die Kids von heute Karate-Kit kennen, weil es ja diese, die Netflix-Serie gab, jetzt mittlerweile fünf Staffeln. Die sechste Staffel wird die letzte sein, die, glaube ich, Ende des Jahres an den Start geht. Dafür wollte ich jetzt gar nicht die Werbetrommel rühren. Eigentlich würde ich gar keine Werbetrommel rühren. Aber der spannende Punkt bei dem Karate-Kit, bei dem nächsten Film, da weiß ich leider die Nummer nicht, die laufende. Es müsste auch vier oder fünf sein. Der hat nämlich was ganz Spannendes, weil bei dem Karate-Kit-Film wird auch Ralf Macchio dabei sein. Also der Ursprungs-Karate-Kit, der ja auch so sensationell seine Renaissance bei Netflix wiedergefunden hat. Eine spannende Serie, nicht nur für Leute, die die 80er-Film-Serie kennen. Aber er wird dabei sein im neuen Kinofilm. Und nun halte ich fest, Jackie Chan. Und wer ein bisschen aufgepasst hat bei diesem ganzen Karate-Kit, was gar nicht so einfach ist mit den Kinofilmen. Es gab ja mal einen Kinofilm vor wenigen Jahren, wo es einen neuen Karate-Kit gab. Ich glaube, das war der Jaden Smith von Will Smith, der Sohn. Und sein Miyagi, der übrigens nicht so hieß, glaube ich, war Jackie Chan. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie sie die Geschichte machen werden in dem neuen Karate-Kit-Film, wenn da sozusagen der Ralf Macchio mitspielt. Es wird wahrscheinlich irgendein Teenie auch mitspielen, von dem ich noch nicht weiß, wer es ist. Aber auch der Jackie Chan, also wo sie quasi so ein Crossover der Paralleluniversen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das etwas, wo ich, weil ich natürlich auch die Serie ganz cool finde, sehr, sehr gespannt drauf bin und mich drauf freue. Aber ich glaube, erst im Tief in 2024 wird er rauskommen. Wenn nicht sogar am Ende. Und der zweite Film, der unter diese Überschrift Renaissance in irgendeiner Form passen ist, und vor allem auch wieder Renaissance aus den 80ern, ist Beverly Hills Cop. Da gibt es einen neuen Film, nämlich Teil 4. Na, wirklich? Der gerade gedreht wird. Ja, das ist so unglaublich. Ich weiß auch nicht, es ist, ich weiß nicht, wie du das dieß. Bei mir ist es so eine Faszination, weil ich die Filme ja eigentlich auch alle cool fand. Also ich fand auch Ghostbusters geil damals. Ich fand Beverly Hills Cop klasse. Ich fand Karate-Kit klasse. Man fragt sich immer nur, brauchen wir da wirklich wieder einen Aufguss? Ich habe jetzt, aber man muss dazu sagen, wenn einer, wenn einer, dann ist es doch der Herr Murphy. Weil ich habe da ein Foto nämlich gesehen vom Set, und ich wusste jetzt gar nicht so richtig, ist es nun ein Foto aus den 80ern gewesen oder von jetzt? Der sieht ja echt noch fast 1 zu 1 so aus. Na, ich würde sagen, ich hoffe, ich weiß es natürlich jetzt nicht, aber ich hoffe, es wird auch die Musik wieder mit einbezogen, denn Axel F. war damals ja ein absoluter Superklassiker. Die Musik aus Beverly Hills Cop. Haben wir übrigens schon mal gesagt, dass wir mal eine 80er-Folge machen müssen? Ja, haben wir ganz genau. Und an der Stelle gehen natürlich ganz großartige Grüße an Harold Faltermeier, den Komponisten des ganzen Grammy-Gewinner. Und ein großartiger Mensch, der hier ganz in meiner Nähe wohnt. Herzliche Grüße also nach Baltimore zu Harold Faltermeier an dieser Stelle. Vielleicht ist seine Musik da ja wieder anbaut. Ja, hiermit ist er eingeladen. Hiermit ist er in den Podcast eingeladen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich wette, das macht er. Da machen wir was möglich. Ganz genau. Da machen wir mal was möglich. Bei unserem Fable für 80er, ey, wir werden noch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir da nicht mal den lieben Harold Faltermeier fragen, ob er bei uns in den... Na, das machen wir mal. Jetzt haben wir uns ganz schön aus dem Fenster gelehnt. Ja, absolut. Aber ganz kurz, um Beverly Hills Cop nur mal abzuschließen, ist... Was halt ganz gut ist, ist Jerry Bruckheimer ist wieder mit an Bord. Und hier auch die beiden, hier Judge Reinhold, John Ashton und so, die sind auch alle wieder dabei, die man aus diesem Franchise so kennt. Weißt du, die Cops, die immer an seiner Seite waren und mittlerweile ja zu Freunden geworden sind. Gut, ich glaube, Beverly Hills Cop 3 war in diesem Disneyland-artigen Theme Park. Das war so halb so, geht so lustig. Mal schauen, wie sie es jetzt hinkriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Lassen wir uns drauf. Und wenn wir schon bei Renaissance sind und bleiben, ich habe entdeckt auf Apple TV Plus, da feiern auch Monster wieder ihre Revival sozusagen. Und das freut mich natürlich besonders. Da gibt es eine geile neue Serie, den Monarch und Legacy of Monsters ist der Untertitel. Und Sven, lass mich raten, du hast sie natürlich schon gesehen. Ja, übrigens, wenn man sich so Gedanken macht, worüber man reden will, mir ist es gar nicht aufgefallen, dass sich quasi Renaissance wie ein roter Faden durch unsere ganze Folge hier zieht. Hätte man schöner nicht planen können, oder? Ah, das ist hervorragend. Das muss Intuition sein. Nein. Ja, meine Lieben, in der Tat, ich habe mir die erste Folge, wenn ich ganz ehrlich bin, sogar die zweite, auch schon angeguckt von Monarch, Legacy of Monsters. Das ist quasi im Grunde genommen dieses Franchise, was sich nicht schon von diesen alten japanischen Filmen mit Godzilla und so herrührt, aber irgendwie gefühlt auch doch ein bisschen schon. Es ist aber diese ganze neue Serie, die wir ja von Godzilla und Godzilla gegen King Kong gab es ja auch schon in dieser Serie, die wir da so kennen. Und da hat sich ja so eine Art Universum aufgebildet. Da gibt es diese eine Institution, die sich Monarch nennt, die natürlich im Geheimen arbeitet und von der man nicht genau weiß oder andersrum glaubt zu wissen, dass sie nicht gerade die besten Intentionen hat, weil es, wie es halt immer ist, irgendeine große Organisation gibt, die das alles für sich ausschlachten möchte. Und das ist jetzt hier die Geschichte, die so ein bisschen so eine Nebengeschichte erzählt von so einem Geschwisterpärchen, die auch erst im Rahmen der ersten Folge erfahren, dass sie Geschwister sind, weil nämlich ihr Vater, der ganz groß, der in der Organisation irgendwie aufgehängt war, zwei Familien hatte. Also sie sind Halbgeschwister und wir sehen jetzt so ein bisschen die Geschichte, wie sie versuchen, das Geheimnis von dieser Organisation, die sich Monarch nennt, zu lösen und da so ein bisschen hinterzukommen. Natürlich gibt es auch die Hackerfreundin, die da die Skills hat, um all diese ganzen Dateien zu öffnen und, 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 und. Was es allerdings relativ wenig gibt in den ersten zwei Folgen, ist große Monster-Action. Also was wir sehen ist, wir haben so einen Rückblick auf das Skull Island, das war der Kinofilm, der ja auch so hieß, wo diese ganzen, wo ganz viele Monster waren, unter anderem halt auch King Kong unterwegs war. Aber wir sehen halt auch diesen großen Kampf, wie Godzilla San Francisco aus dem anderen Teil in Schutt und Asche mehr oder weniger liegt. Das sind so Sachen, die man sieht und wo man die Monster auch sieht. Aber ansonsten ist es sehr, sehr viel Story, die gar nicht so schlecht gemacht ist, ehrlich gesagt. Die versucht so ein bisschen, die Hintergründe des Ganzen aufzudröseln. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es da weitergeht. Es sind auch noch nicht alle Folgen veröffentlicht. Das heißt, man muss da so Woche für Woche auch ein bisschen dranbleiben, wie das gute alte Fernsehen halt. Das haben die Streamer ja auch für sich schon mittlerweile erkannt, dass das vielleicht ganz ist. Und es macht auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel Spaß. Und als kleines Bonmo aus der ersten Folge, da ist nämlich die Hauptdarstellerin, die so ein bisschen davon erzählt, die ist in Tokio und fährt mit einem Tokio-Taxifahrer durch die Gegend. Und da wird das Ganze so ein bisschen thematisiert. Man lebt in einer Welt, wo die Monster halt so sind. Da gibt es schon Schutzbunker für Monster und solche Geschichten. Und der Taxifahrer glaubt allerdings nur daran, dass es nur Tokio getroffen hat mit den bösen Monstern. Aber dass die Geschichte in San Francisco, dass die total frei erfunden ist, dass das Fake News sind. Und er wüsste nämlich Bescheid. Er sei Podcaster. Da musste ich sofort dran denken. Okay. Vielleicht sollten wir vorsichtig sein mit dem, was wir hier als Fakt und Nicht-Fakt ausgeben. Nein, wir sind ja kein solcher Podcast. Nee, aber es ist eine schöne Geschichte. Schaut mal rein. Also wer das mag, man muss sich auch gar nicht so sehr gruseln. Es gibt ein bisschen so mal so kleine Sachen, aber das ist jetzt hier kein Splatter oder irgendetwas. Das kann man ruhig, ja, auch mal mit Freunden, mit der Familie sehen. Weiß ich nicht so recht. Ja doch, geht schon. Das macht Spaß. Apropos Familienfilme. Da schließt sich für mich natürlich die klare Frage an, lieber Sven, was sind denn sonst deine Lieblingsmonsterfilme bisher? Mensch, es hat sich ja mittlerweile so etabliert, dass wenn wir so ein Thema haben, dass wir da so eine kleine Liste gleich aufstellen. Das ist wirklich gut. Das ist eine kleine Tradition schon jetzt in diesem Podcast. Ich liebe Listen, ja, ja. Aber als du mich gefragt hattest, wollen wir nicht mal gucken, welche Monsterfilme, da habe ich echt losgelegt und habe gesagt, ja, klar, ich habe da total Shining und Scream und so, bis ich dann gemerkt habe, ach nee, du meinst ja Monsterfilme, also es sollten ja auch in irgendeiner Form Monster drin vorkommen. Das heißt, ich habe meine Liste nochmal neu gemacht und habe sie gestartet und ich starte sie jetzt mal mit etwas, was vielleicht unüberraschend kommt. Ich gehe, ich sage Vögel, Birds von Hitchcock. Für mich quasi die, eine der Keimzellen des Monsterfilms. Da gebe ich dir vollkommen recht, ist es definitiv und ich starte mal los mit Alien, dem ersten Film. Ridley Scott erleben wir ja gerade wieder mit Napoleon im Kino, aber das war... Hatten wir den nicht letzte Woche gerade? Hört mal an. Ja, ja, 1979 ist ja eine Weile her, Alien, aber war natürlich einer der, einer der ganz großen in diesem Shonde, finde ich. Ja, nicht nur, nicht nur das, hat natürlich eines der, ich würde sagen, Top 5 Monster Franchises. All Time. Ja, also, die Alien-Monster sind ja durchaus von dem Geiger Kong genial umgesetzt. Ja, klar. Ich habe jetzt mich bemüht, Alien wäre bei mir auch ganz weit oben mit drin gewesen, aber dass wir uns nicht wiederholen. Ich habe ein Monster, wo ich denke, nämlich Menschen können auch große Monster sein und eigentlich noch mehr als Birds, würde ich sagen, wenn es um Monster geht, Misery oder Sie, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, wo Kathy Bates den armen James Kahn als Number One Fan sozusagen in ihrem Haus festhält, ans Bett fesselt. eine so beklemmende Geschichte, dass ich sage, das ist für mich, wie die Kathy Bates das spielt, ist sensationell. Hat sie nicht sogar einen Oscar dafür bekommen? Ich bin mir gerade unsicher. Habe ich schlecht recherchiert? Reiche ich nach? Irgendwann. Auf jeden Fall Misery. Absolut, absolut. Und auch wenn Menschen großartige Monster sein können, habe ich mich ja bei meinem zweiten Film gegen Borat entschieden und nehme doch Jurassic Park und würde mal sagen, das ist einfach natürlich auch ein großartiges Franchise. Andere Zeit ging in den 90er Jahren los, ist natürlich schon mal eine ganz andere Art, Monster zu produzieren gewesen, aber die Dinosaurier von Steven Spielberg stehen bei mir da auch ganz oben auf der Liste. Ja, aber es waren ja auch nicht wirklich Monster. Naja, okay. Das ist ja... So kuschelige kleine Dinos. Außerdem bei Jurassic Park, der ja mittlerweile auch, was, 20 Jahre ist her, Jurassic Park 1, kann man glaube ich schon mal den Spoiler rausholen am Ende. Ich will dich... Die große Erkenntnis, es sind alles Weibchen. Ich will dich altersmäßig da nicht zu sehr beruhigen, aber es sind 30 Jahre, egal. Musstest du das jetzt machen? Der große Clou am Ende, es sind alles Weibchen. Nee, aber ich habe gedacht, Monster, du hast nur Monster-Filme gesagt, du hast nicht gesagt, dass die gruselig sein müssen. Stimmt. Deswegen habe ich noch Monsters Inc. mit reingenommen, den sensationellen Pixar-Slash-Disney-Film. Einer der nicht wenigen Filme, weil ich finde, die Zeichentwick-Filme sind oft sehr gut synchronisiert, aber ich finde, mit Ilja Richter als Mike, Mike ist es glaube ich, einfach Kong genial und vor allem dieser eine kleine Martin-Semmel-Rogge, sprich diese Echse, diese komische Echse und du hast das Gefühl, als hätten die Amerikaner Martin-Semmel-Rogge im Kopf gehabt, als sie die Echse erstellt haben. Ich finde, da passt diese Grundstimme so genial drauf. Da hast du recht. Ich habe gerade vergessen, wie sie heißt, aber Monsters Inc. ist auch einer meiner Lieblingspixen. Okay. Nicht ganz so kuschelig, aber wer es möchte, ich würde mal sagen, ist der Weiße Hai. Ich bleibe nochmal bei Steven Spielberg, für mich schon auch eins der großen Monster. Wir hatten ihn ja als letzte Ausgabe, nee, vorletzte Ausgabe hatten wir den Weißen Hai schon mal in einer anderen Liste, aber trotzdem, der ist für mich einfach immer wieder natürlich einer der, ja, Wegbereiter auf der großen Liste der Monsterfilme. Ja, absolut. Chapeau. Gehört da rein, absolut. Ich habe jetzt was Ungewöhnliches genommen, nämlich Shape of Water von Guillermo del Toro. Immerhin bleibst du im Wasser. Oscar-prämierter Film. Ich bleibe im Wasser, ich bleibe im Wasser, ganz genau. Hat auch einen Oscar bekommen für besten Film und beste Musik und noch was? Ich weiß es jetzt gar nicht, aber ein sehr, sehr schöner Film vom Meister, der, ja, der Monster, kann man das so sagen? Guillermo del Toro, wer Pans Labyrinth gesehen hat und auch Hellboy, der weiß, wovon ich spreche. Der Mensch ist einfach, was die Fantasie von Wesen betrifft, die irgendwie aus einer anderen Dimension zu kommen scheinen, ist es einfach sensationell. mit dem fantastischen Doug Jones als dieses Wasserwesen, was da thematisiert ist und Doug Jones, jemand, den man eigentlich gar nicht kennt, wenn man ihn so sieht, weil er einfach immer hinter irgendwie ganz viel Latex verborgen ist. Es ist der Go-To-Guy von Hollywood, wenn es darum geht, solche Wesen, ob es Aliens, Monster oder ähnliches, sind menschlich darstellen zu lassen, weil er sich unfassbar toll in diese Wesen reindenken kann. Also ein unfassbar schöner und auch poetischer Film und eines der, ja, philosophischeren Monster. Okay, also mit einem Oscar-prämierten Film kann ich auch mithalten, da hätte ich King Kong aus dem Jahr 2005 zu bieten. Der hat ein paar, vor allem technische Oscars bekommen, aber er ist natürlich gemacht von einem, der ganz viele Oscars bekommen hat, auch als Regisseur Peter Jackson. Der Jackson. Der Jackson. Der Jackson, Peter. Ja, der. Ja. Ja, absolut. Was der macht, ist auch definitiv nicht schlecht. Ich habe mich damals gefragt, braucht es noch einen neuen King Kong-Film? Ich meine, jetzt haben wir gerade über Monarch gesprochen. Ja, braucht es offensichtlich, weil offensichtlich ist die Welt immer noch bereit für die gleichen Monster in schöner Variante, von daher, ja. Ich habe, du, als letzten schmeiße ich noch einen ganz ungewöhnlichen Film rein, der mir auch ganz spät eingefallen ist, den ich vor 30 Jahren irgendwie völlig vergöttert habe, weil ich das so klasse fände, nämlich die Fliege. Oh ja. Von Herrn Cronenberg. Ist keine leichte Kost. Aber im Cronenberg-Universum würde ich immer noch, also David Cronenberg-Universum würde ich immer noch sagen, ist die Fliege vielleicht noch einer der zugänglicheren Filme von ihm. Und da spielt der, oh, jetzt habe ich seinen Namen gerade nicht, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Hilf mir ja hier. Auch bei Jurassic Park. Na, komm. Ach, jetzt. Mr. Jazz, Mr. Jeff Goldblum. Ah, jetzt bin ich ja. Aber auf jeden Fall, Jeff Goldblum, ich danke dir, mein Lieber. Bitte. Meine Fresse. Nein, also, ganz toller Film, schaut ihn euch an. Den darf man auch, sich wohl mal in seine Liste, der Monster oder Sci-Fi oder Fantasy-Film. Genau, und mein letzter, mein letzter als großer Arnie-Fan muss ich ihn einmal erwähnen aus den 80ern, also schon 40 Jahre her. Predator, Arnie gegen das außerirdische Supermonster, Film von John McTiernan, den er ja auch vom größten Weihnachtsfilm aller Zeiten, nämlich der wird langsam, kennt. Also, dieses Monster muss da einfach nochmal sein. Ganz genau, das ist meine Nummer 5. Genau, aber bevor ihr denkt, bevor ihr danach googelt und sagt, oh Gott, hier gibt es ja einen Film, der heißt Aliens vs. Predator, ja, dann habe ich ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe, ne, habt ihr nicht. Die Filme sind nicht damit zum Vergleich mit dem, was Andreas gerade euch empfohlen hat. Absolut. Weil, weil dieses, dieser Aufguss ist es eher nicht wert. Obwohl es da auch schon zwei von gibt, glaube ich. Korrekt, korrekt, korrekt. Jo. Ach ja, da könnte man wieder ins Schwägen kommen in dieser, in dieser ganzen Welt der Filme aus all diesen Jahrzehnten, auch aus den 80er Jahren. Aber wir müssen ja noch zur Musik kommen heute und die Musik spielt bei dir, lieber Sven. Ja, ich habe, ich habe einfach Glück gehabt. Ich habe, ich habe was ganz Tolles erleben dürfen in der vergangenen Woche. Ich durfte mir das neue Album von Peter Gabriel schon anhören, das in wenigen Stunden, mehr oder weniger, wenn ihr diesen Podcast hört, rauskommt oder vor wenigen Stunden herausgekommen ist. Peter Gabriel A.O., A.O., Entschuldigung, A.O., das neue Album. Ich mache es ganz kurz, weil wir schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Es ist ein schönes Album geworden. Ich durfte es mir in einem der besseren Studios hier in Berlin, in Deutschland anhören, in Dolby Atmos. Und ich sage euch, wow, es ist sensationell. Die Geschichte des Albums ist, Peter Gabriel, ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, hat über zwölf Monate lang jeden Vollmond einen Track von diesem Album veröffentlicht über den Streamern und hat gleichzeitig aber auch immer drei Mixes von seinen Songs jeweils erstellt, nämlich ein Brightside-Mix, ein Darkside-Mix und ein Inside-Mix. Und der Inside-Mix ist dann immer der, ihr habt es erraten, der Dolby Atmos-Mix. Und die drei Mixe sind komplett unterschiedlich und unabhängig voneinander entstanden, immer jeweils begleitet von Peter Gabriel selbst. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Album geworden, wo jeder Mix seine eigene Berechtigung hat und ein ganz anderen, nochmal ein anderes Licht im wahrsten Sinne des Wortes auf die Musik wirft. Das lohnt sich echt hervorragend. Ich hatte die Gelegenheit mit Hans-Martin Wuff zu sprechen, der nämlich den Inside-Mix, den Dolby Atmos-Mix vor Ort bei den Real-World-Studios mit Peter Gabriel gemixt hat. Und was soll ich euch sagen, ich habe das Interview mit ihm sogar aufgezeichnet. Also, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, könnte ich mir vorstellen, dass ihr eventuell mehr zu dem neuen Peter Gabriel-Album erfahrt. Na, da sind wir doch schon schwer gespannt. Und bis dahin können wir sie auch hören. Deswegen auf den Streaming-Diensten. Absolut. Ja, aber damit nicht genug. Es geht natürlich weiter. Also, jetzt breiten wir wieder die Flügel ganz weit aus, was die Genre-Vielfalt angeht. Denn von Peter Gabriel zu Ben Zucker gibt es die Brücke, zumindest Berlin. Denn der eine wurde in Berlin in Dolby Atmos gemischt. Der andere ist Berliner und trifft deswegen auch deswegen seine Fans. Am 5. 12. trifft er sie und zwar im UCI-Kino, dort im UCI-Lux am Mercedes-Platz. Und warum? Er hat ein neues Album. Viele von euch kennen ihn vielleicht. Rockschlager, Star sozusagen aus deutschen Landen, hat natürlich schon auch viele, viele große Hits gelandet. jetzt kommt sein neues Album am 8. 12., drei Tage vorher, großes Listening-Event in Berlin. Und er stellt seine 13 neuen Tracks dort vor. Vielleicht haben es ein paar von euch gesehen, auf unserem Instagram-Kanal haben wir auch ein paar Tickets dafür verlost und werden natürlich unbedingt in der nächsten Podcast-Folge auch von diesem Event wieder berichten. Und ich glaube, das wird eine schöne große Geschichte. Ja, ich werde nämlich da sein. Also, ich gehe hin. Bist du auch da, Andreas? Ich bin auch da und darf den Gästen im Kino ein paar Worte zu Dolby Atmos erzählen, falls sie nicht alle schon unseren Podcast hier hören. Werden sie dort nochmal mehr darüber erfahren. Genau. Und für euch, wie gesagt, ihr seid ja schon hier. Ihr seid vielleicht nicht im UCI, aber ihr seid hier. Ihr werdet jetzt wieder eine ganze Menge mehr über das Thema Dolby Atmos erfahren, denn ich habe einen Mann getroffen, ich habe es anfangs schon angekündigt, der in diesem Genreschlager und deutscher Pop extrem gut zu Hause ist. Nicht nur, auch internationalen Pop. Er hat im Sommer ein Album veröffentlicht mit Anastasia, dem Weltstar, die letztendlich mit ihr hat er deutsche Songs, deutsche große Hits auf Englisch aufgenommen und das ganz anders klingen lassen und in Dolby Atmos erklingen lassen und auch in Zukunft hat er mit Dolby Atmos viel vor. Wir hören uns rein, wir hören uns an, das Interview mit Christian Geller, einem der erfolgreichsten deutschen Musikproduzenten und ich wünsche euch dabei einfach ganz viel Spaß. Das Music and Movies Interview Ja, herzlich willkommen, lieber Christian, in deinem eigenen Studio, aber im Dolby Podcast. Ja. Freut mich, dass du dabei bist. Sehr gerne, sehr gerne. Und wir heute natürlich unter anderem ein wenig über Dolby Atmos sprechen, aber erst mal ein bisschen über dich und deine Arbeit. Magst du dich einfach mal unserem Publikum kurz vorstellen? Na klar, mein Name ist Christian Geller, ich bin deutscher Musikproduzent, mache das schon 25 Jahre ungefähr und habe mit unzähligen Künstlern zusammengearbeitet, bin immer so oder gelte als der Grenzgänger zwischen Pop und Schlager. Ich habe ganz früh gelernt, dass Schlager keine Musikrichtung ist, sondern ein Begriff, den man von Kassenschlager abgewandelt hat. Insofern habe ich damit auch keine Berührungsängste gehabt und das hat mich in meiner, sagen wir mal, in meiner Karriere immer ganz gut geführt, dieser Gedanke und es ist alles irgendwie zwischen No Angels und Florian Silbereisen, zwischen Giovanni Zarella und Pietro Lombardi, zwischen Anastasia und Thomas Anders, also es ist halt immer so der Gegensatz und damit fahre ich eigentlich ganz gut und am Ende des Tages, da will ich jetzt auch nicht zu sehr ausholen direkt zu Beginn, am Ende des Tages sprechen wir eigentlich immer über die gleiche C-Gruppe. Also ob die jetzt Anastasia kaufen oder ob die jetzt Giovanni Zarella kaufen, das sind immer die gleichen Leute. Ich hätte es vielleicht etwas später noch auf dem Zettel gehabt, das Thema, aber lass uns doch gleich dabei bleiben, auch zum Einstieg ist ja gar nicht, es ist ja schon ein bisschen deutsches Ding, überhaupt diese Kategorien so zu fahren. Hat sich da im Laufe der Zeit, du kennst die Genres ja auch schon lange bist, du hast ja gerade gesagt, wie lange du dabei bist, aktiv bist, hat sich da zumindest was verändert, denn die letzten, ich sage mal 10, 15 Jahre hat sich ja der Schlager, wenn man ihn überhaupt so nennen möchte oder Popschlager, es gibt ja so viele Begrifflichkeiten dafür, ja doch stark verändert eigentlich und auch die Zielgruppen noch mal ganz anders. Also ich, retrospektiv betrachtet, bin ich übrigens der Meinung, dass ich da auch relativ viel zu beigetragen habe, dass diese Grenze verwischt ist im Grunde. Also wenn man jetzt mal den Schlager der 80er Jahre anhört oder auch der 90er Jahre noch, das war natürlich fast ein Schimpfwort, weil einfach auch die, ja die Produktionsart eigentlich eine Frechheit war. Also man hat sich da einfach keine, keine Gedanken gemacht über Klasse, man hat, man hat einfach massenhaft irgendwelche Songs rausgehauen und so weiter und heute ist es dann doch am Ende des Tages so, dass man, wenn man die Sprache tauscht, tatsächlich dann auch sagen kann, das ist ein anderes Genre und deshalb hat diese Grenze einfach gar keinen Bestand mehr. Also wenn man jetzt Giovanni Zarella, der italienische Musik macht, Deutsch singen lässt, ist es Schlager, so ist es Pop und ich habe auf dem letzten Album ein Duett mit Michael Bublé produziert mit ihm zum Beispiel. Also es ist dann am Ende des Tages dann doch ein, eine große musikalische Masse geworden und ich bin sowieso kein Freund von Schubladen, also das ist auch, hat auch immer mit Vorurteilen zu tun, etwas in eine Schublade zu stecken, das sehe ich auch privat so, jeder soll jeden lieben, den er möchte, es gibt kein, gibt so viele Farben auf der Welt und das ist auch gut so und so ist es eben auch in der Musik und deshalb, deshalb bin ich da, bin ich da total offen und ich glaube deshalb habe ich auch in meinem Leben so viele Hits gehabt, weil ich einfach keine Limits sehe in den Künstlern, mit denen ich gerne arbeiten möchte. Und wie du es richtig sagst, es ist, liegt oft nur an der Sprache, die Melodien sind ja auch international, oft in Deutschland würde man sie dann Schlager nennen, also ich finde, man musste dieses Jahr, als ich das erste Mal gehört habe, Miley Cyrus, Flowers, ein Welthit, überall Nummer eins, dann würde den ein deutscher Künstler in der deutschen Sprache singen. Ja, mach den Song mit Malte Kelly und das ist der neueste Schlager-Hitze. Absolut, genau, also deswegen ist schon spannend, diese Diskussion eigentlich, über die wir da immer wieder haben. Ich finde es auch super spannend und am Ende des Tages ist es dann die große Musikerpolizei, die da mit erhobenen Zeigefinger steht und glaubt, Dinge bewerten zu können, aber also wie gesagt, alles das, was wir so machen, macht die Welt bunt und es ist doch völlig egal, was da für ein Label dahinter steht. Und der Erfolg spricht für dich, wie oft schaust du oder wie gerne schaust du dir Charts an? Oh, das ist in der Tat etwas, was ich jeden Tag mache. Also ich betreibe meinen Job sehr, sehr analytisch. Wir bekommen jeden Tag die Trendcharts von der GfK, also von der Gesellschaft für Konsumforschung und die sind dann in sogenannte Nielsen-Gebiete eingeteilt, diese Charts und so weiter und da gucken wir schon oder gucke ich da schon sehr genau rein. Es gibt teilweise auch Aktionen wie Autogrammstundentouren oder sowas, die wir dann zu einem Release machen und planen. Das ist ganz interessant, dann abzulesen, wie viel hat sich eigentlich in dem Nielsen-Gebiet getan, wo jetzt die jeweilige Autogrammstunde stattfand. Und also insofern, ich bin da sehr analytisch und schaue mir die Charts sehr oft und sehr gerne an. Zu Recht, weil der eine oder andere Titel ist ja dann doch immer im oberen Umfeld dabei. Ja, das ist jetzt schon öfter passiert, aber das meine ich eben. Also das hat mit der Arbeitsweise zu tun, glaube ich. Also ich habe oder denke verstanden zu haben, wie Hitze funktionieren. Ich denke verstanden zu haben, wie man Menschen emotionalisiert. Und das hat, wie gesagt, nicht mit einem Genre zu tun. Also wir bespielen Menschen und Menschen fühlen und denken immer gleich. Und es gibt einfach nur eine gewisse Anzahl an Emotionen. Es gibt die Liebe, es gibt das Glück, es gibt den Ärger, es gibt die Wut. Und das alles spielt letzten Endes in der Ansprache, in der emotionalen Ansprache von Menschen eine Rolle. Und Musik ist das wichtigste Tool, diese Emotionen zu übertragen. So, und das ist, im Grunde ist es so einfach, wie ein paar Turnschuhe herzustellen. Da macht man sich auch jetzt nicht Gedanken darüber, welche Schuhe gefallen mir denn, sondern man macht sich erst mal Gedanken darüber, wer ist eigentlich die Zielgruppe für so Turnschuhe und wie sollen die dann am besten aussehen. Also, und so mache ich eben meinen Job. Du verwendest den Begriff einfach, jetzt würden dir vielleicht viele Künstler oder Produzenten auch widersprechen, weil sie sagen, also es ist natürlich, es gibt nicht die eine Formel, aber du scheinst sie in irgendeiner Form doch gefunden zu haben. Es hängt immer davon, es ist ja immer sehr individuell, wie man Erfolg definiert. Für mich persönlich ist Erfolg kommerzieller Erfolg. Also ich bin dann total happy, wenn ich Nummer eins in den Charts bin. Es gibt ja auch Künstler und Produzenten, die sagen, für mich ist der persönliche Erfolg, wenn ich mich nie in meinem Leben verbiege und immer das mache, was ich persönlich richtig feiere. Das ist bei mir nicht der Fall. Und das ist ja eine, jede Herangehensweise an den Job ist völlig in Ordnung. Und meine ist so. Und glücklicherweise führt das eben dazu, dass ich mit den von mir definierten Erfolgen, was ist eigentlich Erfolg und so weiter, ganz zufrieden bin. Und das zeigt sich glücklicherweise dann auch ab und zu mal in den Charts. Wenn man auf deine Homepage geht, gibt es als erstes ein Zitat von dir. Wenn 30 Leute kommen und sagen, das geht nicht, komme ich und sage, wir machen das. Ist das so ein Motto, das dich schon immer durch dieses Berufsleben begleitet? Ich habe schon als Kind zu Hause bei der Familie immer vor verschlossenen Türen gestanden, wenn es darum ging, Musik durchzusetzen. Also ich komme aus einem Haushalt. Mein Vater war Kaufmann und hatte ein großes Autohaus. Meine Mutter ist Kauffrau und hat ein Einzelhandelsgeschäft. Das hat sie auch bis heute mit 75. Die sind durch und durch Kaufleute gewesen. Und natürlich habe ich den Satz gehört, den jeder hört in seinem Alter, wenn man dann so ist, mach was Vernünftiges. Und das ist doch brotlose Kunst und solche Geschichten. Das war das erste Mal, dass ich die Erfahrung machte, dass Menschen mir sagten, das geht nicht. Das nächste Mal war einfach dann die nächsten 10, 15 Jahre, wenn du wirklich das als brotlose Kunst betreibst am Anfang deiner Karriere und halt ständig vor verschlossenen Türen stehst und ständig die Menschen, mit denen du sprichst, irgendwelche Argumente haben, warum jetzt die Nummer gerade nicht passt oder warum man das jetzt nicht machen kann oder warum die Bassdrum kacke ist oder warum die Stimme zu leise ist oder warum einfach das gewählte Heilprogramm nicht das Richtige ist für das Genre, in dem man gerade ist und so weiter. Es gibt ja so viele Argumente und ich habe mir dann irgendwann wirklich angewöhnt und das ist im Grunde jetzt auch die Quintessenz, warum dieses Studio hier steht, warum ich mein eigenes Label betreibe, warum ich ein Künstlermanager bin, warum ich ein Publisher bin, warum ich ein Musikproduzent bin, warum ich Kooperationen habe mit Fernsehsendern, weil ich einfach, irgendwann war ich es einfach satt, dass Menschen mir sagten, das geht nicht und ich habe dann das immer umgedreht und als Motivation genommen, Menschen zu zeigen, dass es tatsächlich doch geht und dass man eben Dinge durchsetzen kann, wenn man davon überzeugt ist und ja, also daher kommt der Spruch, lustigerweise steht der Spruch auf der Internetseite, ich habe irgendwann mal ein Interview geführt wie dieses jetzt hier und da habe ich diesen Satz offenbar gesagt und das hat irgendwer aufgegriffen und hat dann, hat das dann geschrieben irgendwo und dann haben wir das abgeschrieben für die Homepage, so kam das, das ist jetzt gar nicht so mein Lebensmotto, aber es beschreibt eigentlich ganz gut, wie ich so ticke. Jetzt hast du das Studio schon ein paar Mal erwähnt, darüber müssen wir natürlich unbedingt gleich sprechen, aber um dich noch ein bisschen besser kennen zu lernen, habe ich jetzt so 20 Lieblingsbegriffe für dich, Stichworte und du sagst mir einfach eine kurze Antwort dazu oder auf, wenn sein muss auch eine längere, aber je nachdem. Deine Lieblingszeit? Nachts. Dein Lieblingsgetränk? Coke Zero. Dein Lieblingsessen? Sushi. Dein Lieblingskünstler? Thomas Anders. Deine Lieblingsmusik? Ist das vermessend zu sagen, meine eigene? Nein. Meine eigene. Ich finde das, ich feiere das. Meine eigene. Ist doch deutlich authentischer, als wenn du sagst, eigentlich höre ich nur Punk und Indie-Rock, aber ich mache hier. Ja, aber das meine ich eben. Also es war ja auch diese Genre-Diskussion. Aber ja. Dein Lieblingsalbum? Oh. Puh, das ist schwer. Ich habe eine Menge. Wenn ich eins nennen muss, ist es Hunting High and Low von AHA. Cooles Album. Dein Lieblingskonzert? Michael Jackson 1992 in Köln im Stadion. Dein Lieblingslied? Puh. Ui. Man muss sich auf eins festlegen. Du kannst. Oh Gott. Wir sind hier, wir haben hier keine strengen Regeln im Kleingedruckten. Du darfst auch gerne mehr sagen. Das ist schon, das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich habe so viele Songs, die mich echt berühren. Das letzte, das sich am meisten berührt hat. Dann nehmen wir es vielleicht so. Ich habe einen tollen Titel gerade selber komponiert, den ich jetzt gerade richtig gut finde. Gilt der auch? Der ist noch gar nicht veröffentlicht. Okay. Der ist für Herrn Bocelli und heißt If You Could See Me Now. Alles klar, wir hören ihn uns an und freuen uns drauf, genau. Alles klar. Dann haben wir dein Lieblingsstudio. Das Studio 61 natürlich. Dein Lieblingsfilm? Back to the Future, Zurück in die Zukunft. Dein Lieblingstier? Unser Hund. Lenny. Lenny. Was ist das denn für eine Rasse? Ein Ratsback. Dein Lieblingsverein? Ferrari. Ich gucke kein Fußball, ich bin ein Formel-1-Gucker. Ich finde nur interessant, dass das Verein sofort immer fußballbezogen ist. Es gibt ja Vereine auch in anderen Sportartenbereichen. Ich sage Scuderia Ferrari. Super, ist doch ein guter Verein. Nicht ganz zu erfolgreich zur Zeit, aber es wird sicher wieder. Dein Lieblingsland? Italien. Deine Lieblingsstadt? Paris. Dein Lieblingspolitiker? Oh. Wen fand ich denn mal richtig gut? Ronald Reagan, weil er Schauspieler war in Hollywood. Der hat zumindest dazu gestanden, dass er Schauspieler war. Das stimmt. Dein Lieblingsrestaurant? Ich gehe sehr gerne ins Grillroyal in Berlin in der Friedrichstraße. Dein Lieblingsbuch? Habe ich keins. Ich habe keine Zeit zu lesen. Deine Lieblingskleidung? Ralph Lauren Hampton, Chucks und Jeans. Dein Lieblingssender? Radio oder Fernsehen? Egal. Sky wegen Formel 1. Und dein liebstes Soundformat? Ja, natürlich Dolby Atmos. Was solltest du auch jetzt anderes sagen? Nein, ich finde, man kann ja viel Werbung machen für irgendwas, wo man vielleicht nicht überzeugt ist. Aber dieses Thema Dolby Atmos und diese im wahrsten Sinne des Wortes neue Ebene, die wir alle haben, um kreativ zu sein, weg von vorne, links, rechts. Das ist so erfüllend. Und das macht so viel Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, dass ich absolut sage, das ist mein Lieblingsformat. Zum einen natürlich beruflich und im Studio. Aber ich gehe natürlich auch sehr oft und gerne ins Kino und kaufe mir natürlich bevorzugt Dolby Atmos Tickets, ist ja klar. War das dann dann noch dein erster Zugang zu Dolby Atmos oder wie kam diese Lust und Begeisterung? Nee, es kam eigentlich, ehrlich gesagt, als Apple das eingeführt hat, fing ich an, mir Gedanken zu machen darüber, dass es eigentlich wirklich toll sein könnte, diese Vielzahl an Möglichkeiten auch zu nutzen für Musik, die ich aus dem Kino kenne. Und dann kam es gleich zu der Entscheidung, dann machen wir es richtig und bauen ein Atmos Studio. Ja, also es war ja so, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren schon mit der Planung dieses Baus angefangen. Wir sitzen ja jetzt hier im Studio 61 und das Studio 61, die Idee dahinter ist daher gekommen, weil ich natürlich meine Künstler 360 Grad betreue und begleite. Das heißt also, wenn ich ein Album mache mit beispielsweise einem Giovanni Zarella, dann war ich da immer dabei, bei jedem Videodreh, bei jedem Fotoshooting, bei jeder Fernsehsendung, wir haben diskutiert, wie der Künstler aussehen soll, was ziehen wir an, wie positioniert man den Song am besten innerhalb einer Fernsehshow, innerhalb eines Videos, innerhalb der Fotos, innerhalb der Schrift, des Artworks und so weiter. Also die ganze ID. Und ich hatte sehr viele Reisetage, weil ich immer in sehr, sehr vielen Studios war, um das alles zu realisieren mit meinen Künstlern. Und als ich dann vor fünf, sechs Jahren wirklich die Entscheidung getroffen habe, das zu bauen, so lange ist das schon her, habe ich mich entschieden dazu, nicht nur ein Tonstudio zu bauen, sondern ein Videostudio, ein Fotostudio, ein Greenscreen-Studio. Also all das, was wir so brauchen, um alles für eine Kampagne zu produzieren und zwar hausintern, was man so braucht und das halt eben unter einem Dach. Und das sehe ich als entscheidenden Vorteil, wenn es um Zeitmanagement geht heutzutage, wenn es um die Marktsituation geht. Ich meine, wir produzieren Grün, wir haben eine 80-KW-Peak-Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wir sparen natürlich eine Menge Benzin, weil wir nicht mehr so viel durch die Gegend gondeln, sondern die Künstler sozusagen drei Wochen hier einsperren und dann im Grunde alles mit denen machen, was man braucht, von Social-Media-Aufsager über Podcast, über den Song natürlich selbst bis hin zum Musikvideo können wir alles hier produzieren. Wir machen kleinere Fernsehshows mittlerweile für RTL, für Sat.1 und so weiter und so fort. Also insofern, die Idee, die dahinter steckte, ist zum einen sehr modern, aber kommt zum anderen meiner Lebenssituation natürlich auch sehr gelegen. Und wenn man so ein großes Ding baut, dann war mir natürlich völlig klar, wir sind im Jahr 2023 eingezogen, dann baut man natürlich auch ein Dolby Atmos Studio und zwar ein sehr konsequentes. Also wir haben komplett PMC-Speaker, der Raum ist super linear, wir haben wirklich eine ganz, ganz tolle Qualität. Das merkt man schon, auch wenn keine Musik an ist, man zieht einfach die Tür zu und weiß einfach schon, okay, hier ist alles definiert. Also da passiert kein Sound zufällig und das ist aber genau auch mein Qualitätsanspruch. Also ich meine, wenn du 15 Nummer 1 hattest in deinem Leben und weit über 100 Chart-Hits, dann hast du natürlich auch an alles, was du dann baust als Arbeitsatmosphäre, einen hohen Anspruch. Und willst halt eben, dass das dann auch die beste Qualität hat und damit man eben auch weiterhin die beste Qualität liefern kann, auch wenn man neue Produktkategorien bespielt, wie ein Dolby Atmos Mix oder eben eine kleinere Fernsehproduktion. Kannst du denn schon ein bisschen verraten, wie bei dir dann ein neuer Song entsteht, wirklich von der kreativen Idee für den Song bis hin zum Dolby Atmos Mix sozusagen? Ja, also da haben wir einen ganz guten Workflow mittlerweile. Wir haben unseren Leandro, der sozusagen federführend zuständig ist für unsere Atmos Mixe. Leandro hat bei der SAE studiert in Köln und hat sich sehr früh darauf spezialisiert, Atmos zu mischen. Was ein großer Vorteil ist für ihn jetzt, aber auch für mich. Also insofern ist es eine schöne Win-Win-Situation, in der wir da sind. Und wir haben im Grunde den gleichen Prozess jetzt die ganze Zeit, nämlich ich schreibe den Song, dann wird ein Playback gebaut, dann kommen die Künstler und singen ein. Dann mache ich den Stereo-Mix komplett fertig. Wir haben hier zwei Studios, wir haben Studio A und Studio B. Im Studio A ist das Stereo-Setup, da sitze ich dann und mische den Song wirklich komplett fertig, sodass das Master steht, das Stereo-Master. Und dann gebe ich Leandro wirklich jede einzelne Spur meines Stereo-Mixes rüber. Das heißt, er kann sehr detailverliebt die Mixe aufbauen, kann schöne Fahrten machen mit einzelnen Signalen und so weiter, wo dann eben markörisch schön durch den Raum fliegen oder halt eben mal auch ein Drum-Break oder sowas, je nach Musikrichtung. Und genau, dann komme ich dann später zum späteren Zeitpunkt dazu, dann hören wir nochmal zusammen an, dann machen wir noch ein paar Adjustments und so weiter. Und dann liefern wir sozusagen wirklich zur gleichen Zeit mittlerweile dann auch Stereo- und Atmos-Master eben aus an die jeweilige Plattenfirma. Jetzt hast du es schon erwähnt, dass du es eine Weile machst, das heißt, da ist viel Musik schon entstanden. Wie würdest du mit dem Thema Katalog umgehen? Also wird es Musik aus deinem Hause dann auch geben, die schon ein bisschen älter ist, die sich lohnt nochmal in Dolby Atmos aufzuhalten? Also was wir auf jeden Fall vorhaben, ist so mal so die Top Ten der Hits einmal nochmal auszupacken und die nochmal in Atmos zu machen. Also ich bin selber schon ganz gespannt, wie beispielsweise Daylight in Your Eyes von den No Angels in Atmos klingt oder ein Sensatee von Giovanni Zarella und Pietro Lombardi. Das kann man ja durch alle Genres wunderbar einmal machen, dass man einfach die großen Songs nimmt, die wirklich bei ein paar Millionen Streams stehen und die einfach nochmal aufmacht und Atmos-Mixen macht. Das haben wir fest im Plan, ja. Wenn wir schon über Künstler sprechen, hätte ich nochmal eine kleine Zehnerliste für dich. Künstlernamen, die dir sicher nicht nur was sagen, weil du vielleicht mit ihnen gearbeitet hast und zu denen darfst du gerne mehr als nur ein Wort sagen, vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Die Nähkästchen-Ecke. Die Nähkästchen-Ecke dahinter, ganz genau. Heino. Heino, witziger Kerl. Heino ist mir extrem ans Herz gewachsen. Also wir kennen uns jetzt zwölf Jahre ungefähr, 13 Jahre. Heino ist mittlerweile Mitte 80, wird jetzt 85 demnächst. Und ja, ist eine lebende Legende natürlich. Und wie man mittlerweile weiß, zu allen Schandtaten bereit musikalisch. Also wir haben ja einiges schon gemacht und das hat großen Spaß gemacht. Und das war für mich, ehrlich gesagt, wenn du mich nach der schönsten Nummer eins meines Lebens fragst, war das das Heino-Album, weil es so unerwartet war. Ich meine, wenn du so einen DSDS-Gewinner produzierst oder so, da weißt du, der geht irgendwie mal kurz auf eins und ist dann wieder weg, weil der Medien-Hype so groß ist. Aber dieses Ding mit Heino, als ich ihm damals erzählt habe, er soll Rammstein covern und so was und Ärzte und so, das war so ein Überraschungserfolg, weil wir beide dachten oder wussten, entweder interessiert das wirklich keine Sau oder es wird halt riesengroß. Und es war riesengroß und es war in dem Jahr, als es erschienen ist, glaube ich, sogar auf Nummer eins der Jahrescharts. Es war das erfolgreichste Album des Jahres. Und man hat ihm angemerkt, dass er es gerne gemacht hat. Ja, total, total. Ja, und er war wirklich, er war auf einen Schlag 20 Jahre jünger. Er hat mir damals den schönen Satz gesagt, guck mal, Christian, ich habe jetzt immer schon mal Hits gehabt früher, aber ich hatte noch nie junge Fans. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich auf einmal die ganzen 20 hängen und die fallen mir alle um den Hals. Also das war wirklich eine schöne, wirklich sehr schöne Geschichte. Slatko und Jürgen. Slatko und Jürgen, lange, lange her. Es war im Jahr 2000. Ich habe den Song geschrieben 1999. Großer Bruder. Großer Bruder. War damals für die allererste Big Brother Staffel. Aber das zeigte eigentlich damals schon, wie ich auch als junger Typ schon getickt habe, was das Thema Marketing angeht. Weil ich war offenbar dann der Einzige in Deutschland, der die Idee hatte, für ein Format, was Big Brother heißt, einen Song zu schreiben, der Großer Bruder heißt, wo ja das Marketing eigentlich schon verpackt ist. Und wenn du dann noch einen Song über Freundschaft machst und zwei Kandidaten zusammen singen lässt, dann hast du einen Hit. Und ich erinnere mich, dass wir, das war eine unfassbare Zeit. Wir haben, ich glaube, 850.000 Maxi-Singles verkauft oder Maxi-CDs verkauft damals. Das Ding ist, glaube ich, Doppelplatin geworden oder was weiß ich oder Dreifachgold oder so. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Es ist wirklich lange her. Aber es war für mich lebensverändernd, weil es das allererste Mal, dass ich überhaupt in den Charts war. Und es war gleichzeitig eine Null auf Eins. Also es war so Rocket-mäßig ins Musikgeschäft. Und ich erinnere mich noch an den Satz meines Kaufmann-Vaters damals, der dann sagte, als die erste GEMA-Zahlung einging, ich hätte niemals gedacht, dass man mit Musik so viel Geld verdienen kann. Und ab da war auch klar für ihn, dass ich das Autohaus nicht übernehmen werde. Also das war in der Tat lebensverändert, großer Bruder. Was hat dein Vater zu dem Studio gesagt? Hat er bestimmt ja auch gesehen. Der ist leider schon verstorben. Und zwar genau ein Jahr vor Einzug. Also insofern, aber ich weiß ganz genau, dass er da oben sitzt und das alles sieht. Der schaut zu. Ich hoffe, ich spreche nicht richtig aus. Giorgio Barno. Oh Gott, wo hast du das denn ausgetrieben? Auf das Netz hat es viele Quellen. Also zur Erklärung, jeder hat seine Jugendsünden. Giorgio Barno ist meine. Ich habe damals, ich meine, ich komme aus einem wirklich kleinen Ort. Wir hatten damals 3500 Menschen, die hier gewohnt haben. Und es gab einfach niemanden, der meine Musik singen wollte. Also habe ich dann gesagt, dann singe ich es halt selbst. Also ich mache bis heute auch, ich singe auch alle Demos selbst und so. Das mache ich ja bis heute. Ich hatte ernsthaft nie das Gefühl, dass ich auf die Bühne gehöre. Das war nie meine Rolle. Aber es gab irgendein irres kleines Label, was mir damals, als ich 17 war, war das, glaube ich, sogar einen Plattenvertrag gegeben hat für diese Giorgio Barno. Das war ich. Also um es aufzulösen, das war ich selbst und habe mir dann einen Künstlernamen überlegt. Ich fand damals Armani total toll und schick und habe deshalb Giorgio genommen und habe dann irgendwie, weil Italien ist ja auch mein Lieblingsland, habe ich ja eben erzählt. Ja, und so ist Giorgio Barno entstanden und das war tatsächlich eine erste Single, die wahrscheinlich 250 Stück verkauft hat, genau an die Leute, die mich kannten und meine Eltern. Aber so ging das los. Und ich weiß noch, dass ich nicht volljährig war, weil meine Eltern den Plattenvertrag unterschreiben mussten. Also deshalb, das ist sehr, sehr lange her. Eloy der Junge. Ja, Eloy ist gerade 50 geworden und wir haben dann festgestellt, dass wir uns jetzt genauso lange kennen, wie wir uns nicht kannten vorher. Ich habe Eloy kennengelernt, da war er 25 und noch Mitglied bei Caught in the Act in den 90ern. Und ja, eine tolle Geschichte. Ich bin jetzt 48, war 23, als ich Eloy kennengelernt habe. Super netter Kerl. Das ist so jemand, den kannst du anrufen, wenn du nachts auf der Autobahn sitzen geblieben bist oder liegen geblieben bist und der holt dich ab. Also so einer ist das. Und der ist immer da und wenn ich den brauche, dann weiß ich auch genau. Oder wenn ich mal, auch mal, wenn es mir mal ein bisschen nicht so gut geht, dann rufe ich den auch an und dann quatschen wir ein bisschen und so. Also Eloy ist wirklich ein wirklich sehr, sehr guter Freund. Harpe Kerkeling. Harpe Kerkeling. Also jetzt jetzt kommen meine ganzen Lieblingsnamen. Mit Harpe habe ich meine ersten Sachen gemacht noch in Berlin. Was war denn das erste? Uschi Blum war das erste, was ich mit Harpe gemacht habe, als er die Schlagersängerin gemimt hat. Und Sklavin der Liebe war das damals. Und danach haben wir mal ein Weihnachtsalbum zusammen gemacht. Dann habe ich noch ein sehr schönes Album für die Sony produziert mit seinen Songs. Ja, Harpe ist auch so eine gefühlt lebenslange Verbindung. Wir schätzen und mögen uns sehr. Und Harpe ist einer der nettesten Menschen, die ich überhaupt kenne. Also ganz, also null Allüren oder sonst irgendwas. Und der weiß ganz genau, der weiß ganz genau, wo er steht im Leben und ist extrem sympathisch. Jetzt kommt einer, den du schon ein paar Mal genannt hast, weil der, glaube ich, auch viel bedeutet, Giovanni Zarella. Ja, Giovanni ist, als wir uns kennenlernten und das erste Album entstanden ist, La Vita Ebella, habe ich nicht so richtig verstanden, warum Giovanni, der wirklich viel Talent hat, nach Brosis im Grunde mehr oder weniger 15 Jahre nicht beachtet wurde. Der hat natürlich seine ganzen Reality-Formate gemacht und war irgendwie immer präsent, aber dann doch nicht so richtig als Sänger. Und das, als ich ihn kennenlernte, war mir überhaupt nicht klar, warum das so ist. Und ich habe dann gesagt, eigentlich müssten wir mal ein wirklich tolles Konzept bauen, wo er genau reinpasst und was glaubwürdig ist und so weiter. Und diese beiden Wurzeln Deutsch-Italienisch miteinander verbinden und so. Und so kam ich innerhalb kürzester Zeit eigentlich auf die Idee zu sagen, lass uns doch mal deutsche Hits auf Italienisch machen. Und das war für ihn ja der Türöffner zu allem, was jetzt passierte. Jetzt hat er mittlerweile seine eigene Samstagabendshow im ZDF und so. Also es ist wirklich ein totales Popmärchen, was da entstanden ist und freut mich für Giovanni sehr, weil er ist ein sehr netter Kerl und man gönnt ihm den Erfolg sehr. Und witzigerweise ist das wie so ein positiver Teufelskreis. Man gönnt ihm den Erfolg sehr, weil er wahnsinnig nett ist und er ist so nett, deshalb ist er so erfolgreich. Also es hängt irgendwie alles zusammen. Super talentiert, extrem empathisch, ganz toller Mensch. Florian Silbereisen. Florian Silbereisen. Lustig. ZDF ARD. Florian habe ich ja sozusagen kennengelernt, weil ich extrem viele Acts produziere, berate, vertrete, manage, die sozusagen in seinen Formaten stattfinden. Daraus resultierte dann irgendwann, dass wir auch jetzt mittlerweile ja auch zusammen Musik machen und das ja auch nicht ganz erfolglos. Und ja, ganz, also es ist, ich sage jetzt immer bei jedem netter Mensch, ich sage immer zu meiner Frau, wir haben wirklich arschlochfreie Zonen bei uns. Also alle Künstler, mit denen wir so arbeiten, da würde ich wirklich auch mit denen auch mal eine Woche in den Urlaub fahren oder so, weil das einfach, das funktioniert menschlich total gut. Und man muss natürlich auch, also das Verhältnis zwischen Produzent und Künstler, es muss ein sehr vertrauensvolles sein. Und insofern ist es eigentlich wahrscheinlich auch normal, dass man sich mag und dass man mehr oder weniger aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Also all die Menschen, die du da nennst, sind extrem, extreme Familienmenschen, extrem geerdet, die wissen ganz genau, was sie können, die wissen aber auch, was sie nicht können. Und ja, das ist, das ist bei mir genau das Gleiche. Also insofern auch, auch bei Florian kann ich nichts, also selbst wenn ich wollte, kann ich nichts Negatives sagen. Der ist ein super Typ und mit dem kannst du Pferde schälen. Daniela Katzenberger. Daniela ist eine der schlauesten Figuren, die ich je kennengelernt habe in diesem Geschäft. Daniela macht, macht es wirklich, wirklich sehr schlau. Ich vergleiche sie so ein bisschen mit der damaligen Verona Feldbusch, heute Poth in den 90ern, die ja auch so ein bisschen auf Dümmchen gemacht hat und so. Also diese, diese Rolle, die sie da spielt bei RTL 2, das spielt sie schon fantastisch. Ähm, sie hat 2,2, 2,3 Millionen Instagram-Follower. Ähm, das sagt eigentlich alles, ne? Also das ist einfach, die ist einfach eine, eine Reality-Ikone, würde ich sie nennen. Und, ähm, ja, weiß auch ganz genau, was ankommt da draußen und wofür sie steht und dass, äh, dass sie polarisiert und so. Damit spielt sie fantastisch. Totaler Medienprofi und auch extrem netter Mensch, muss man sagen. Jetzt könnte man mit dir diese Liste ja noch ein, zwei Stündchen fortsetzen, aber, äh, ein, ein Name muss, äh, der eigentlich auf die Eins gehört, äh, muss natürlich noch kommen und das ist Thomas Anders. Ja, Thomas, äh, das ist natürlich die besonderste Geschichte, weil, äh, die geht zurück zu meiner Kindheit. Ich war neun Jahre alt, als Yomaha, Yomaha Soul erschien. Das war tatsächlich dann noch meine erste Single, die ich mir gekauft hab. Und, ähm, als ich dann von meinem Vater erfuhr, dass der Typ, der das singt, auch noch aus dem Nachbarort kommt, also nämlich auch hierher. Mittlerweile wohnt er in Koblenz, was auch hier in der Nähe ist, aber, äh, Thomas war wirklich da sieben oder acht Kilometer entfernt gewohnt. Ähm, ähm, und das war für mich so ein bisschen, äh, der Trigger, mir überhaupt Gedanken zu machen, schon als Kind Gedanken zu machen, ich will irgendwas mit Musik arbeiten. Weil, das zeigte mir, vielleicht ist es ja doch kein Hinderungsgrund, wenn man aus so einem kleinen Ort kommt und, äh, und man will irgendwie große Hits machen, weil plötzlich hieß es dann, ja, Modern Talking sind Nummer eins in Spanien, Nummer eins in Italien, Nummer eins in Finnland, Nummer eins in Schweden, auf einmal Nummer eins in Japan und dann Nummer eins da und Nummer eins da. Und dann dachte ich, hm, irgendwie, äh, dann scheint's offenbar nur einen Weg zu geben, in diese Musikindustrie und der heißt Thomas Anders. Und das hab ich mir so in den Kopf gesetzt, schon mit neun, zehn, elf Jahren, dass ich, ähm, 1900, kurz überlegen, 86, da war ich elf, zu Weihnachten ein Mischpult bekam. Und ich hab zu meinen Eltern gesagt, ich hab mir das im Konrad Elektronikkatalog ausgesucht und hab gesagt, wenn ich das nicht bekomme, feier ich mit euch keinen Weihnachten und ich bekam's. 349 D-Mark, Schwanenhalsmikrofon, Heilprogramm, vier Kanäle. Das war mein, das war mein Einstieg, so. Da hab ich dann das alte Kassettendeck von meinem Vater angeschlossen und mein Keyboard von Yamaha mit Begleitautomatik und fing an, Songs zu komponieren. Und das hab ich wirklich lange gemacht, hab ich bestimmt fünf, sechs Jahre gemacht. Das heißt, wir sprechen so von zwölf Jahre bis 18, mehr oder weniger. Das war so mein Setup. Und, ähm, bis dann der erste Computer dazu kam und so, das war dann ein, ein Atari ST mit einem MIDI-Interface und so. Also, jedenfalls hab ich dann meine eigenen Sachen gemacht und bildete mir dann ein, dass der Thomas Anders sich wahnsinnig freut, wenn er das immer hören kann. Und hab dann, äh, hab Tapes gemacht und hab einen netten Brief dazu geschrieben. Bin dann mit meinem BMX-Rad in den Nachbarort gefahren, wo ich wusste, dass da Thomas Anders wohnt. Hab dann den schweren amerikanischen Briefkasten aufgemacht und hab da die Tapes reingelegt und hab das wirklich, also, ich würd schätzen, hundertmal gemacht. Also, äh, Thomas hat wirklich von mir über hundert Demos bekommen. Bis dann eines Tages mein Telefon klingelte zu Hause, also unser Telefon, wir hatten ja alle noch kein Handy und so. Und dann rief meine Mutter und sagte, der Thomas Anders ist am Telefon. Er hat da tatsächlich angerufen irgendwann, eines Tages. Und, naja, so kam das dann. Du wolltest dir deine ganzen Kasetten zu vergeben, oder wie ist das denn? Was machst du? Unser Lager ist jetzt voll. Nee, ähm, nee, er rief dann an und sagte, ist eigentlich ganz gut, was du da machst und lass doch mal treffen und so weiter. Und dann haben wir tatsächlich uns irgendwie, äh, auch angefreundet und so und haben, und es resultierte dann, äh, äh, dahin, dass wir, dass wir ein, ein gemeinsames Studio eröffneten in Koblenz, in der Stadt. Er hatte ein bisschen Krempel zu Hause, ich auch, und wir haben das dann alles zusammengeschmissen und dann alles verkabelt und so. Und so sind dann die ersten Dinge entstanden. Und so ist dann auch, als ich dann Anfang 20 war, großer Bruder entstanden. Das hab ich dann da eben komponiert und Thomas hat's dann verkauft, war ja damals Modern Talking Sänger und hatte eine Riesenrelevanz im Markt und so. Und das war dann auch... Das soll dann in der Zeit seines Comebacks gewesen sein, oder? Genau, das war... Oder das Modern Talking Comeback? Also das Modern Talking Comeback war, glaube ich, 97 und großer Bruder war 2000. Also das war so, war dann so this period of time, sozusagen. Und, ähm, ja, das war dann mein Einstieg. Und, ähm, umso schöner, äh, dass wir, also Thomas war jetzt am Freitag das letzte Mal hier und wir, ich hab mit keinem Künstler so viel Musik aufgenommen wie mit ihm und kenne keine Stimme besser als seine. Und, ähm, er ist mittlerweile 60 Jahre alt geworden. Äh, und, äh, wir machen das jetzt wirklich seit, ja, äh, fast 30, ne? Also, oder noch länger. Ja, ja, ungefähr 30 Jahre, würde ich sagen. Und, ähm, das ist einfach eine, ja, eine, das ist nicht nur gefühlt, sondern das ist eine lebenslange Verbindung, weil für mich ging das in der Kindheit los, ne? Mit Yoma Hat Yoma Soul. Und, ähm, dass ich jetzt heute, äh, alle Hits für Thomas Anders und Florian Silbereisen produziere und die dann auch regelmäßig auf eins gehen und so, das ist schon was Tolles. Also, das ist einfach, da schließt sich dann der Kreis. Und Thomas Anders bedient ja nach wie vor auch ein internationales Publikum, ne? Absolut, absolut. Also, äh, Thomas hat ja zwei Märkte. Also, wir haben ja zum einen eben mit Florian und den ganzen großen TV-Shows den Schlagermarkt wirklich gut im, im Blick, äh, und, äh, und dann halt eben, äh, seine 50 Auslandshows, die er da jedes Jahr macht, äh, von Finnland über Schweden über Norwegen über, äh, äh, USA, Kanada. Also, Thomas ist wirklich überall unterwegs und, äh, und hat jeden Abend minimum vier bis fünftausend Menschen vor der Bühne, egal wo er tourt. Und das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen, weil das macht er einfach jetzt auch schon. Ich meine, der war dann 21, als Yoma Hat Yoma Soul kam. Der ist jetzt 60, das heißt, er macht das seit neun dreißig Jahren, ne? Und, äh, ist immer noch, äh, hat ein, hat offenbar sich ein Publikum erspielt in den Jahrzehnten, was sehr, sehr treu zu seinen Shows kommt. Und das ist natürlich toll. Also, auch für diese Shows bereite ich dann die ganze Musik vor. Also, die ganze Setlist mittlerweile von mir und so. Also, das ist ein wirklich sehr, eine sehr gewachsene Beziehung, die, äh, beiderseitig sehr viel Spaß macht, ja. Und, äh, dann entsprechende Früchte auch in Dolby Atmos tragen würde, nehme ich an. Ja, absolut, absolut. Wir arbeiten gerade daran, ähm, Yoma Hat Yoma Soul in Atmos, äh, zu mischen. Und, ähm, das werden wir dann in Kürze auch präsentieren. Und, äh, da freue ich mich sehr drauf, weil das ist schon nochmal ein, 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 ein Hörerlebnis in einer völlig neuen Dimension, gerade mit den ganzen Chören und alles, was da so drin ist. Das ist schon cool. Jetzt hast du schon mit so vielen tollen Künstlern ein paar, nur haben wir genannt, äh, zusammengearbeitest und sehr erfolgreich zusammengearbeitet. Gibt's den, äh, zuletzt Anastasia ist ja auch, äh, also, Weltstar, äh, und dergleichen. Gibt's noch den einen oder anderen Wunschnamen, wo du sagst, also, da hab ich noch nicht angerufen oder da hab ich noch nicht oft genug angerufen. Ich bin ja, ich bin ja ein Kind der 80er und, äh, und, äh, es gibt in der Tat eine Band, die ich noch auf meiner Bucketlist habe und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob das je klappen würde, aber mit den Pet Shop Boys mal zu arbeiten, das wäre für mich, ja. Ach, das wäre einfach, äh, also, alle anderen, also, alle Helden meiner Kindheit hatte ich sonst schon, schon vor dem Mikro, also, ob das Hasselhoff ist oder, äh, oder halt eben, äh, Sandra oder, äh, oder Morten Harkett oder so, die waren, das hab ich alles schon hinter mir, aber die Pet Shop Boys fehlen noch, so, und das wäre, das wäre einfach, das wäre einfach toll. Also, aber mal gucken, also, wo die, wo die Reise noch so weitergeht, mal schauen. Darauf sind wir sehr gespannt, freuen uns sehr und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für, äh, die Geschichten, die, dein Enthusiasmus, den du auch, wie sonst auch, auch in diesem Podcast gelegt hast, also, ganz herzlichen Dank dafür und, äh, ich wette, wir sprechen uns an dieser Stelle. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, das will ich auch noch einmal betonen, dass, äh, dass die Zusammenarbeit mit Dolby auch so gut funktioniert. Ähm, ich glaube, es ist ein fantastisches Format und ich glaube, da ist der Zenit lange noch nicht überschritten, also, da helfe ich auch gerne mit, das alles zu breaken und das wird auf jeden Fall gut sein. Hören wir natürlich gerne und wir freuen uns auf alles, was da außer am Studio 61 kommt. Vielen Dank. Ja, Mensch, das war spannend. Ähm, ich, ich, ich hab gar nicht auf dem Zettel gehabt, mit wem er alles zusammengearbeitet hat, das ist ja schon, äh, sehr, 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 sehr beeindruckend. Habe Kerkeling, Heino, Zarella, Silbereisen, Thomas Anders, Anastasia, das hört überhaupt gar nicht auf. Das ist ja, äh, in der Tat, der hat ja mehr, der hat ja mehr Platin an der Wand als, nein. Ja, ich möchte vor allem seine persönliche Geschichte mit Thomas Anders, die ihn letztendlich ja zu diesem Job gebracht hat, dass, äh, wie es manchmal so der Zufall so will oder die Nachbarschaft in dem Fall auch so will. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, von Renaissance bis Briefkasten ist, glaube ich, oder die Renaissance der Briefkasten, irgendwie sowas muss unser Folgentitel heute werden. Ich glaube auch, ganz genau. Ja, aber das war's auch schon wieder. Oder Renaissance und Thomas Anders Briefkasten. Ich glaube, das ist ja das. Das könnte, könnte, könnte sein. Nein, bevor wir jetzt weiter öffentlich über den Titel unserer Folge nachdenken. Die ihr schon gehört habt vor allem. Das ist doch besser, weil wir, ja, ja, äh, wollen wir mal so sagen, ihr habt schon wieder, wir sind schon stolz über eine Stunde hinweg, weil das Gespräch mit dem Herrn Geller war so nett, da wussten wir nicht, was wir rauskürzen sollen, weil da hat ja so viel zu erzählen. Deswegen überhoffen wir, dass die Länge euch nicht gestört hat und dass ihr eine Menge, Menge Spaß gehabt habt. Wenn ihr das getan habt, dann erzählt doch mal euren Freunden, Familien, Mitgliedern, dass sie uns doch abonnieren sollen, mal reinhören sollen. Oder lasst Kommentare da auf den Plattformen, die wir euch genannt haben, sei es Instagram oder Facebook. Also wir freuen uns auf alles, was ihr da uns zu erzählen habt. Vielleicht ja auch Themenanregungen. Kommt sehr gerne mal vorbei. Immer, immer gerne, ganz genau. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder mit unserer nächsten Ausgabe, in der wir dann natürlich viel über Weihnachten sprechen werden, aber nicht nur. Oh, da wird's weihnachtlich. Da wird's weihnachtlich. Schöner die Glöckchen quasi nie klingen in Dolby Atmos, würde ich sagen. Genau, aber jetzt müssen wir schon mal das erste Lichtlein bei unserem Kranz anmachen, denn es geht ja gefühlt schon los. Absolut, ganz genau. Habt eine schöne Adventszeit da draußen. Bis dann, macht's gut.